Dass ihr einmal ganz viel Power und Energie an diese Leute schickt und zwar an all die, die leider nicht mehr dabei sind in der nächsten Saison. Danke an euch alle, dass ihr hier wart und sein VG ausgemacht habt und danke an alle, die nächste Saison dabei sind. Und dass wir uns nächste Saison auf jeden Fall die nächsten Saison stehen. Danke an euch beide, weil ihr seid dafür zuständig, dass wir Widerständen begegnen und Widerstände erklimmen werden und Widerstände auflösen werden. Vielen Dank an eure Arbeit, vielen Dank ans Team, danke euch und danke an allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und euch. Danke.